Was machen die hier? Oh, nein. Oh nein. Warum? Wieso sind viele ein Verräter? Ach, er, Weiß ist ein Verräter. Warum ist Weiß ein Verräter? Warum sollen Dämonen laut gut sein? Warum? 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 Sie haben... ... meine Wunschung. Sie können die Wunschung des Verräter. Natürlich können wir. Die Wunschung kam von uns in der ersten Zeit. Wir würden Ihnen nur ein kleiner Wunschung. Es ist Wunschung, wieso Sie das tun? Wunschung, bist du okay? Der weiss! Wunschung, Wunschung! Warum ist du das? Warum warte mit den Halteln? Wirklich stark scheinen sie erstmal nicht zu sein. Du musst jetzt deine eigene Wahrheit befassen. Bitte, in den Schädel-Lords-Kastel in die Schädel. Wollen wir gerade für würdig erwiesen? Ich glaube, er hat Probleme. Schwerwiegende Probleme. Das ist doch kein Schattenlord. Was ist denn... Sieht nicht aus. Wo ist die Dunkelheit? Was ist das? Das ist irgendwie mega weird. Krammböcke, ey. Geschlossenes Buch. Dann mach's auf. Ich darf nicht noch mehr verlieren. Okay. Okay, die haben keine Rüstung mehr, das ist gut. Dann sind sie free-killed. Wo sind sie denn? Nein, die Zauber-Rinne darf nicht casten. Die Zauberer sind nicht gut für uns. Ah, zu viel Leben verloren. Ah! Weg! Wo soll ich denn da rankommen? Ich bin da schon dabei. Geil! Oh, die Dinger sind doof. Oh, du Idiot! Was machst du denn? Der Löffel nicht öffnen will? Okay, ich werde es einfach abschneiden. Es hätten wir doch schon nichts machen können. Mein Gott. Ganz oft. Scheiße! Scheiße! Was? Wie? Was? Wann ist das jetzt grad passiert? Man kriegt übel schlecht mit, dass man Damage von den Kugeln kriegt. Also, nicht von den Attack-Kugeln halt. Warte mal. Nein! Ich hab grad... Ich hab grad die Menü-Taste gedrückt. Ich wollte mich grad heilen. Nein! Ich könnte so viele Heel-Pots verschwenden. Ich hab damit umgekehrt. Kann ich den und den andern Shopify alongside nicht mehr gewinnen lassen? Es war ein ungewinnigter Zeitpunkt für die Skill! Ich hab' mich mit den Skiller überhaupt mal ein bisschen boosten. haben wir glaube ich gar nicht gemacht nie gedacht dass ich mir so probleme gegen die dinger kriege doch jetzt einmal alle schnell durch egal ob wir sie brauchen oder nicht immer wenn ich die taste drücken will das muss ich so vorteil mob cry und lachen diese Dinge sind freundlich wir müssen helfen Kine Kine was ist passiert? Wir müssen Kaine helfen! Du bist okay? Ja, aber wir haben Probleme. Ich hab bestimmt gesagt, kommt her, meine Kinder. Was Neues! Das erinnert mich an das Buch. Als ob alles, was das Ding macht, damage macht. Wie soll ich wissen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Du bist zweite Fähigkeit. Oh, voll rein! Oh, voll rein! Oh, voll rein! Nö! Ich bin mir schon auf die Schnauze! Du bist inevitables. Oh, viel Colin. Das ist das, was meine Lieblingsflugger? Okay. Das war's. Oh, es klingt ritzig. Oh, es ist ein Bug, oder warum bewegt sich das nicht? Oder leben wir das einfach nur die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ob das gerade so sinnvoll ist. Okay. Hier gibt's immer Waffen, ey. Das gibt's gar nicht. Ich fühl dich irgendwie langsamer an. Das geht. Oh, nein. Oh, mein Guter. Ich hab's sogar in Medizin mitgenommen. Wieso wird das jetzt ein Job gewonnen? Oh, das ist alles ritzig. Aber die Sau könnte so... Ach, come on. Oh, das lenkt immer nach. Denkst du, was ich tue? Hier rumsitzen? Garantätlich. Ach, du bist doof. Geht das wieder los? Das ist unzerstörbare Schwein. Die Masken-Menschen. Das war so klar, du Arsch. Mit Ohren. Teufel. Ah, tsch! Das war's für heute. Hey, stop! Let me go! Stop it! King! No! Open the door! You can't fight them on your own! You can't fight them on your own! You can't fight them! I'm not going to fight them on your own! I'm not going to fight them on your own! Gute Word!! So hot.